Die folgende Begebenheit spielt sich immer wieder auf Schloss Bellevue am Vierwaldstättersee ab, wo Madame Marie Gourmand hier und da zu denieren pflegt. Die folgende Begebenheit spielt sich immer wieder auf Schloss, die folgende Begebenheit spielt sich immer wieder auf Schloss. Die folgende Begebenheit spielt sich immer wieder auf Schloss. Die folgende Begebenheit spielt sich immer wieder auf Schloss. Die folgende Begebenheit spielt sich immer wieder auf Schloss. Vielen Dank.